Hallo, ich bin die Michelle. Ich bin Lara. Und ich bin Lina. Wir wollen ganz gerne unsere Gastgemeinde grüßen und uns recht herzlich bedanken, dass sie uns so herzlich aufgenommen haben. Und zum Beispiel bei meiner Gastfamilie ist es wie im Hotel, man fühlt sich wie zu Hause. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Gastfamilie, die Familie Heid. Und unsere Gastmama, die Silvia, die hat nämlich heute Geburtstag und wir wollen ihr alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und wir hoffen, dass trotz Silvester ganz viele Männchen an dich denken und ihr gratulieren. Und wir hoffen, ihr seid nächstes Jahr dabei in Prag. Dann seht ihr uns vielleicht. Tschüss!